Heute fährt Trucker Babe Chrissy die sogenannte Kirchturm-Tour. Das bedeutet, viele Haltestellen in kleinem Umkreis und zwischendrin zurück zum Paketzentrum. Hört sich entspannt an, ist es aber nicht. Du kriegst halt Durchfall im Kopf. Wenn du die ganze Zeit immer nur so ein Stück fährst, du zählst irgendwann nicht mehr mit. Weil du fährst ja immer wieder hin und her und hin und her und am Anfang hast du wirklich alle Arschlangen auf den Plan geguckt. Wann war die Ankunft und hast du immer vergessen und dann warst du durcheinander und das passiert jetzt nicht mehr so. Ich gucke vielleicht einmal drauf, wenn ich die lange nicht gefahren habe und dann ist fertig. Und bis jetzt bin ich echt gut im Plan. Ich kam jetzt nicht dazwischen, das ABS hat sich auch erledigt. Es muss also doch was damit zu tun haben, wenn der Hänger nicht beladen ist. Aber egal, wichtig ist, ist es weg. Mein Reifenproblem ist auch nicht wiedergekommen mit dem Sensor. Also ich gehe davon aus und ich hoffe für diesen LKW, dass es dabei bleibt. Nach dem Entladen ist vor dem B-Laden. Chrissis Wege sind heute kurz, aber ihre Liste lang. Ich bin jetzt auch schon wieder in Nora, im Paketzentrum. Kunde 1 erledigt, ohne Probleme noch. No, ich will es gar nicht betonen. Ich brücke jetzt in meine vollen Brücken ab und lade mir jetzt auch gleich wieder zwei Lehre, die ich dann für das Briefzentrum drüben in Erfurt brauche. So wird das hier nichts. Zwei Kollegen halten Schwätzchen. Mitten auf der Straße. Das ist eigentlich schön, wenn die Kollegen sich untereinander unterhalten. Aber muss es hier auf der Auffahrt sein? Fahren wir noch einen Konvoi um die Ecke oder was? Chrissi ist endlich angekommen. So, 118. Ich habe jetzt den Stellplatz bekommen, wo ich die Brücken abstellen muss. Auf der 118 B und C. Das heißt, ich stelle beide gleichzeitig ab und ziehe wieder Anhänger und Lafette mit einem Zug drunter durch. Die Handgriffe sind dem Trucker-Babe längst in Fleisch und Blut übergegangen. Hoch geht mein Anhänger ja schnell. So. Ach ja. Brücken, Bolzen, Sicherung, Beine. Alles Dinge, die man zum Abbrücken braucht. Und die auch mal ihren Geist aufgeben können. Da haben wir das Problem. Da sind Bolzen draußen. In den Brückenbeinen sind immer Bolzen drin. Also du kannst die Höhen verstellen, quasi die Beine. Da ist hier überall so Löcher. Und da ist hier die Bolzen. Die können nicht rausfallen. Die sind nochmal gesichert von innen. So, aber wenn die Brücken so alt sind, kann das schon mal passieren. Bei dem ist es zum Beispiel so, dass der Bolzen halb rausguckt. Wenn ich jetzt die Brücke abstellen würde und der Bolzen würde rausfallen, könnte es passieren, dass das Teil nach innen fährt und das hinterste Bein kürzer als alle anderen drei sind. Und wenn das passiert und die Brücke setzt sich ab, kippt sie um. Wenn sie voll beladen ist, liegt sie. Das gefällt mir gar nicht. Der Bolzen hält nicht. Das heißt, die Brücke sackt ab auf der Seite. Ein Problem kommt selten allein. Ich guck mal, ob die andere Seite auch so schlimm ist. Nee. Das siehste da fehlt einiges. Das Brückenbein auf der linken Seite ist viel kürzer als auf der rechten. Wenn ich die Brücke jetzt so abstelle. Dann kann es passieren, dass sie in Schieflage gerät. Und im schlimmsten Fall umkippt. Normalerweise kann es sich ganz leicht ein Stück bewegen. Aber der sitzt schon schief drinnen. Das Außenstück fehlt. Scheiße. Ob sich die Fummelarbeit auszahlt? Ich kann aber auch nicht. Ich kann die echt nicht verstellen. Ich kann die Brücke nicht abstellen. Scheiße. Ich kann die Brücke nicht abstellen. Das geht nicht anders. Ich muss die jetzt so abstellen. Ich muss es probieren. Ich muss langsam rausfahren. Scheiße. Das ist schweinig, fertig. Das kostet schon wieder an. Wie viel das Bein rutscht. Wir haben auf dem Hof. Fertig. Da. Krass, Knick. Also ich kann ihn so nicht abstellen. Ich bin ja auch außer Führung draußen. Das mache ich jetzt. Krissi muss buchstäblich aus dem Stand heraus eine Entscheidung fällen. Für Krissi ist heute Brückentag, aber keiner zum Erholen. Der Bolzen des Brückenbeins ist defekt und hält nicht mehr. Das Abstellen der Brücke stellt plötzlich eine echte Herausforderung dar. Das geht nicht anders. Ich muss die jetzt so abstellen. Ich muss es probieren. Ich muss langsam rausfahren. Krass. Das ist schweinig, fertig. Das kostet schon wieder an. Wie viel das Bein rutscht. Wir haben auf dem Hof. Fertig. Da. Krass, Knick. Also ich kann ihn so nicht abstellen. Jetzt bin ich auch außer Führung draußen. Das mache ich jetzt. Ich bin außer Führung draußen. Wenn ich jetzt fahre. Wir haben immer einen auf dem Hof. Ich weiß aber nicht, ob der heute auch da ist. Der kümmert sich darum, dass Brücken ganz bleiben. Sprich, solche Sachen macht er ganz. Das Problem ist dadurch, dass der Bolzen draußen ist. Fährt das Brückenbein quasi rein. Es wird kürzer als die andere Seite ist. Kippt also zu einer Seite. Dadurch, dass die jetzt gekippt ist, bin ich außer Führung draußen. Fahre ich jetzt so los, ist das Risiko groß, dass ich neben der Führung bin. Sprich, ich würde auf der anderen Seite hier alles kaputt fahren. An dem nächsten Brückenbein. Oder er springt wieder in die Führung rein. Aber bleibt trotzdem das Problem. Kippt die Brücke oder kippt sie nicht. Das auszuprobieren ist keine gute Idee. Aber gibt es eine Alternative? Rangierer könnte ich mal holen. Mach ich auch mal. Warte, ich renne mal zum Rangierer. Ob der Chrissi aus ihrem zeitfressenden und nervigen Dilemma befreien kann? Weg, Mann! Jetzt fährt der weg! Das hat ihr noch gefehlt. Und wenn man mal Hilfe braucht, ist kein Mann da. Scheiße! Nein, jetzt! Ich riskiere es jetzt einfach, oder? Ja, ich riskiere es einfach. Oder, eins kann ich noch probieren. Selbst ist die Frau. Eine Möglichkeit habe ich noch. Dass ich bei den anderen drei Brückenbeinen die genauso weit reinfahre. Das können wir noch probieren. Jetzt ist mir die Frage, wie geht das auf? Diese Bolzen tun ihren Job und halten bombenfest. Das ist so gut, da kann nichts passieren eigentlich. Die sind so gut, die sichert, die Dinger. Aber ich weiß, irgendwie funktioniert es. So wie? Rangierer ist auch nicht. Ja, egal. Ich probiere es einfach. Ich setze sie ab, wie gut ist. Kommt er oder fährt er? Ein Rangierer könnte die Rettung für Chrissy sein. Mein eine Sprüngebein, da ist die Sicherung draußen. Das heißt, ich habe die abgesetzt und die hat die Tür auf der einen Seite gesenkt. Die kippelt also. Okay. Kriegst du die überhaupt abgesetzt? Kriegst du die überhaupt ausfahren? Ich würde versuchen. Wenn du sie irgendwie abgesetzt kriegst, dann kriege ich die auch ans Tor an. Aber man muss echt aufpassen. Ohne Witz ist komplett weg das Bein. Dein Wille geschehe. Und jetzt? Einfach machen? Weißt du, wie selten das vorkommt, dass ich mal so eine Brücke habe und dass es immer an solchen Tagen sein muss? An solchen Tagen muss das sein. Das geht voll in die Hose. Naja. Okay. Ich liebe das Risiko. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Kippt die Brücke ist der Tag für Chrissy gelaufen. Hält sie, kommt sie nur mit leicht erhöhtem Puls und kleiner Verspätung wieder auf Spur. Bin ich mal gespannt. Was geschieht, wenn der Lkw die Brücke nicht mehr stützt? Das steht doch wunderbar. Ja, ja. So, Männer, ihr habt immer große Presse. Ich scheiß mir klein. Scheiße. Hat sich die Brücke jetzt verkeilt? Hat sich die Brücke jetzt verkeilt?